Wo ist sie? Hinter mir! Irgendwo! Ne, die ist in dem Tor! Die hängt! Die ist hängt! Die ist hängt geflieben! Ja! Ich hab sie getroffen kurz! Ich auch! Jetzt sind wir da! Blöde! Das ist sie! Hammer ist das! Sieht so aus, ne? Klafen wir doch ein bisschen vor! Ich lauf mal nach rechts! Gucken wir hier mal alles an! Ne! Hier kommen noch drei! Naja, da kommen noch mehr von denen! Da gibt es einmal die normalen! Die du einfach so abschießen kannst! Und dann gibt es diese ekligen! Ja! Harpien oder so heißen die, ne? Naja, Harpien! Die hat ganz schön Federn gelassen! Keiner Vogelfutter in der Hosentasche! Hehe, Vogelfutter! Ne! So, das war's erstmal! Oh, hier kann man wieder was erschlagen! Hier bei mir ist sie kischt! Also... War hier was drin? Oder was zerschlagen ist? Ne, das war nur Geröll, ich dachte da liegt doch... Schick! Fake! Ich hör schon wieder so'n Vieh, ne? Schrotflinten-Koffer! Schrotflinten-Koffer! Oh, ich hör's auch hier irgendwo! Ah, dich hatte ich ja lange nicht! Auge her! Ich glaube ich hab... ... hier so'n... ... Heppdingens! Hä? Ah, mit dem Raketenwefer kann man auch die Wände aufmachen! Ja... ... aber... ... wir zahlen, das kostet zu viel Munition, oder? Einmal nur! Ein Schuss! Ja... Ist aber scheiße! Der Stu, keine Arsch! Kommst da rüber nicht, ne? Ne! Was mich so'n bisschen eben irritiert hat, hier war... ... hier der Müllcontainer mit den Kisten! Ja, stimmt! Auge her! Oh! Auge her! Ich hab auch ein Auge! Auge her! Ihr habt's nicht verdient, wenn er mich angreift! Ist das wieder die Straße der Vergeltung hier? Guck mal, da oben auf deinem Dach! Da sitzt doch, äh... Sophie! Ja, ich hör's auch hier! Die schießen hier schon mit so'n blauen! Aber die Nervenküsschen! Guck mal, da oben an der Hausecke! Hahaha! Hab ich's erlegt! Achtung! Links! Ja, links! Ja, links! Ja, links muss auch irgendwo noch was sitzen! Hier drübe! Hier bei der ist eine Auge-Schüssel, denk ich! Irgendwo! Da kommt man da nicht hoch! Hier kam ja auch hier von der Mauer, kam auch so'n Ding rüber gesprungen! Könnte man auch denken! Warte mal hier vielleicht? Moment! Ich find's bisschen komisch, dass die markisen, dass man da überall durchspringen kann! Ah! Bin auf jeden Fall hier in so'n Hinterding! Ah! Hier, warte mal! Hier war glaub ich so'ne... Nee! Nicht! Stacheldraht! Hier kann man zwar rein, aber hier ist nischt! Ähm! Ich werd schon wieder von so'n Flattervieh beschossen! Alter! Jetzt spring doch mal vernünftig! Ach! Hier ist auch ein Holzgeretter-Ding wieder! Ja! Hier schon aufgemacht, okay! Da hinten! Mistvieh! Ja! Ja! Hier könnte man eventuell wieder hier hoch? Nee! Bett! Nee! Da kommt man nicht hoch! Okay, ne Brücke! Da blinkt was gelbes! Siehst du da drübe? Ja! Ja! Daniel! Was hast'n du so angeloppt? Hehehehe! Ja, muss ja mal weiter gehen, ne! Komm her! Ja, localup! Da guckt PRESONN exult! Wer ist denn? Hohe ne Geburtsstätte? wo dann kommt ein skorpion hier neben dem noch was klingelt hier ist was grünes auf jeden fall abwaffen sturmgewehr ich bin ganz oben wo ganz oben hier auf dem geröll gegenüber von euch da wo ihr eben drin war jetzt sehe ich dich direkt hinter dir da genau auch da hat doch gerade wieder einer geschossen ich sehe ein geheimnis weiß aber nicht wie ich da hinkomme hier oben ist ein geheimnis ja da oben wie kommt man da hin überlegen hier so gleich innen durch oder falls irgendwo zugang ist ne ich bin hier drüben oder kann man es abschießen ne mit abschießen funktioniert ne ich komm warte warte scheiße wie bist du hochkommen da hinten ja da hoch dann da und dann hier rüber gesprungen ja ich habe es pro kur geheimnis gefunden hier muss sie unten runter dug dich dug dich und dann äh wie geht denn du äh stick reindrücken den linken und dann von der seite hoch springen einfach nur jetzt hoch springen einmal genau genau ja also hier hoch hier auf das ding hier stefan hier hoch dann hier lang dann hier rüber springen dann hier runter kriechen und dann hoch springen da drüben sind wieder waffen jetzt duken auf die andere seite und dann hoch springen los an den balkon ran habs präzisionsgewehrpatrone mhm scheiße so jetzt geht der kampf weiter ja da ist ein skorpion dahinten ja ich bin da in dem schon dran also hier stehen ein hauschen soldaten der skorpion der war schnell geschichte ja oh oh da hinten ist ein laser jetzt haben wir nur noch zwei extra leben ja tatsächlich ja ist es pro kapitel wahrscheinlich das kann sein ja und achtung dass wir das ja hier oben fliegt sie und hat federn verloren ok da müssen wir gehen können erstmal hier hinter gehen hier geht es nämlich auch rein irgendwo hin auf jeden fall hier liegt was hier in der ecke ach hier kommt man auch rein hinten dran wo seid ihr ah dort ahja ganz auf die kiste und dann bleibt dort hinten dran was warte ob hier was liegt aber ja hier hier liegt ja das ist ein sprengstoff ohja wo hier jetzt können wir aber nicht zurück rennen bis zu den einen wand da weißt du noch ist viel zu weit zurück vielleicht musst du es beim zweiten durchspielen dann ja das kannst du es denk ich mal eher ja jetzt haben wir schon mal sprengstoff das ist cool ja war da noch irgendwas und daneben war helm ne hier war er nö die musik endlich mal vorbei ey ja ich hab einen getötet da waren soldaten gestanden wegen einem einzigen soldaten ja der stand hier in der ecke die ganze zeit noch die mucke läuft ja oh da drüben achso da waren wir ja grad hier reiße ich mal die schuppe ab hier ist der schalter so das haben wir aus gibt es hier noch nen schatz ist nix alles leer hier ist noch ein mini geheimnis aber das kann nur hier bei mir ist ein schatz muss umsäckklave ne das war wieder so nen mini schatz achso ja dann hab ich auch grad so nen einzelnen hä oh 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 was jetzt äh 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 was bist du noch wahre die gar nicht geschehen hoffentlich hat er nicht mein c4 genommen was wir jetzt gefunden haben hoffentlich stand ich nicht unter der brücke z ach hier ist ja noch c4 gewesen hier ja so aber hier ist noch ein bisschen was zum aufsammeln also ja ich 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 jetzt hier ne mauer gezogen oder was doch gar keiner vorgelaufen warum ist denn die video sequenz gekommen ach hier die brücke die hat er ja ich komm trotzdem noch durch durch die brücke ja und hier an der seite ja ja der trippel scheint da noch was zu leihe also ich glaub wir müssen dann über die brücke drüber ach von hier kommen wir ja kann ich nur nen haufen munition einsammeln von den waffen hier ja mach ich jetzt auch hier rumliegen ja wo ich bin eigentlich voll ich noch nicht ganz doch ich bin voll also jetzt schon ja dann gucken wir mal hier kannst du auf die brücke ja container ja vom container aus genau die frage ist sollen wir da weiter oder war da nein da war mauer ne ja wir müssen da hoch wir müssen hier auf die brücke weiter ja wir müssen über die brücke ja ey was leiten denn hier alles rotflinte ey warte mal da könnten wir haben c4 da können wir vielleicht c4 hinlegen dann musst du schmeißen ja lass die doch ran laufen bissl augenzupfen machen na dann mach ich hier dann augenbraun zupfen ja ja und hier er will seinen kopf loswerden wo ist er der ist immer so schnell ja jetzt so hier ja oh hast du c4 geworgen ja da ist ein harp hier ja wasch ne ja die ist ja gegen das gebäude geflogen ja ich habe ja nur mit der kugel noch ein bisschen angeschubst von hinten also c4 lohnt sich ne auf jeden fall aber das würde ich dann lieber bei stärkeren ja ja wenn sie oder wenn es eine große meute ist nicht bei so einem kleinen wo ist denn die köpfe zurück ja ja die augen wo ist das hier alles mal so oder du musst aufpassen bei der schrotflinte auswahlen ja ein zwechtig mittlerweile ja 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 du blöder ja 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 warte mal hier hinten gehts noch an die seite rein ja ja hier ist auch noch schatz in 200 prozent rüstung ich habe ich weiß nicht weiter geht um waren wir hier schon mal die kommen neue feinde ich komme noch mal zurück wir gehen dann doch mal lieber hier erst gucken kam der voll hier in die garage reingerannt also hier in den denn ich stand ja in der garage drinnen ich höre was da kommt noch einer da kommt noch einer wo skorpion da hinten kommt noch einer hinter dir hinter dir skorpion da liegt auf jeden fall noch was glänzendes drin das ist ein großes gebiet wo wieder was liegen könnte überall ja ja so unübersichtlich das mag ich ja besonders gern aber ich höre irgendwas flattern ja skorpion hier kommt hier kommen viele gegner bei mir gerade schwarzen 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 die 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 ich bin bei Achtung, die kommen von allen Richtungen gerade. Da war irgendwo noch so ein... Da musst du noch was, komm! Da kommen noch mehr hier. Schon wieder so ein Pferd. Ein Skelettpferd. Reiß dir immer nur die Köpfe ab. Ja, ich auch. Das draufschießen dauert viel zu lange. Diese kleinen Skorpione, die sind scheiße. Ja, die kannst du auch Genick brechen. Echt? Ja, ich laufe immer hin, brescht ihnen das Genick, dann sind sie direkt tot. Oh, okay, den war voll. Finde ich aber schade. Da kommt schon wieder so ein... Ja. Pferdevieh. Na, hinter uns kommen ja auch alte. Auf die andere Straßenseite rüber. Auf die andere Straßenseite rüber. Na, da kommt noch einer. Na, da kommt noch einer. Skorpion. Wir wollen die hier noch schicken. Ja. Oh, bei mir sind gerade drei Skorpione, ich komm nicht weg. Da, ich komme. Drei kleine oder große? Kleine. Okay, ich hab sie gekillt. Boah, wo bist du? Ist die Frage. Die anderen Straßenseite. Hier bei Orca gerade. Äh, doof im Dach ist noch was. Komm wo du her. Oh, genau. Das ist noch teilt. Oh, limitiert du's. Da sind zwei. Oh, boah.